Und ich hoffe, mir rennt jetzt keiner hinterher und wir gehen jetzt zu dem geheimen Ort, wo es die Waffe für jeden gibt, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss hier weg. Ich muss mich verteidigen. Weg hier, Leute! Okay, ich hoffe, die verfolgen mich nicht. Wir gehen jetzt direkt hier straight in den Wasserfall rein. So, Leute, hier müsst ihr nämlich reingehen in den Wasserfall und dann seht ihr hier die geheime Waffe, die jeder einfach so bekommen kann.